hallo willkommen zu einem neuen video heute spielen wir mal Brawl Stars und zwar liegt das daran weil ich wollte eigentlich als video Need for Speed Payback aufnehmen aber immer wenn ich das spiel starte dann ja dann backts ein bisschen also da habe ich so lags für keine ahnung fünf bis zehn sekunden und hört wieder ein zwei minuten auf und dann kommt es wieder das ist einfach nicht gut spielbar für mich dann wow und die Quest ist einfach direkt wo ich das wieder aufnehmen da premium so dann mal du oder ich hab so viele du quests und knockout was kann der denn kann er? wir testen jetzt mal ob er knockout kann und ich spiel mir halt duos das heißt wir müssen gucken ob die range gut ist und ja dann oh die range ist halt fatal ja vielleicht doch nur duos weil das ist auch keine gute handy map oder camp map das bringt überhaupt nichts ich hab überhaupt gar keine range ne shit das bringt überhaupt nichts oh man oh ne das bringt auch nichts super jetzt haben wir keine range warum was kann er denn überhaupt cordillus ich check's nicht ich verstehe nicht wer mit dem spielt hab ich überhaupt schon aufgelevelt ja bestimmt ah man mist auf neun oh ja ne dann und wir können natürlich auch solos spielen ah jetzt bin ich ein duos drin ist auch egal so dann mal gucken wie es wird ja keine ahnung was jetzt viel besser ist aber ja vielleicht schon na ich hab kein nipp gemacht der hüpft der hüpft irgendwas nein ja das konnte ich ja nicht sehen kacke aber ich habe wenigstens einmal geholt was ist denn das für ein hüpf dem ist das ja neue oh man strecken hier bin ich grad geresponend auf direkt wieder laufen das nervt einfach nur weil ich weiß auch nicht ich weiß nicht was ich machen soll und ich weiß auch nicht wenn wir den brawler hier spielen der hat aber auch ein cordillus geschweige denn für was cordillus gut ist ich weiß nicht wirklich nicht aber jetzt kommt er wieder aus dem himmel ich kann hier aber auch wenig machen als cordillus guck mal ich treffe ja nicht mal so ich stehe quasi vor dem und treffe es nicht mal ich bekomme den nehmen jetzt aus dem rennen genommen ich habe keine ahnung als was er gut ist okay kann ich mit dem solo spielen gucken wir mal äh ich check halt nicht wie man den spielt äh ich check halt nicht wie man den spielt ist halt auch bisschen doof schlechte voraussetzung ich weiß nicht wie man den ich glaube der ist auch ein cordillus ich weiß nicht wie man den gekillt kriegt so na seht ihr das meine ich ich hab keine ahnung wie man das spielt das heißt cordillus fällt bei der täglichen quest mal weg dann haben wir noch hank und tic tic ist zu hoch also müssen wir hank spielen wo ist denn der ja das ist jetzt die frage wo der ist ah Leute ich find's so doof da finden sich brawler nicht mhm mann kein hank hier ist hank okay den kann man vielleicht noch spielen den kann man vielleicht in knockout spielen ja ja und dann haben wir vielleicht auch wieder eine chance obwohl das auch wieder scheiße ist weil ich wieder null range hab ich kann einfach kein browser spielen deswegen habe ich damals übrigens auch aufgehört weil ich es nicht spielen nicht mehr spielen konnte wegen bibi und dann immer nur zehnmal gestorben bin hintereinander und dann hatte ich keine lust mehr und dann habe ich dann Brawl Stars aufgehört aber unser mitspieler der kriegt's ja vielleicht geregelt ja macht was hallo 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 ne das läuft ja gar nicht gut heute ist doch doof oder hm jetzt haben wir zweimal den neuen Brawler im Team ob das was bringt weiß ich jetzt auch nicht haben die aber auch hä geht doch her oh jetzt habe ich mal schade gemacht haha jetzt werden wir unten hier und ich glaube ich würde jetzt rechts aufgehen hallo aha aber irgendwie komm ich jetzt voll das ist nicht mehr so gut klar das hat mal besser geklappt oh shit Oh jetzt kommt der. Der will auf mich. Jetzt kann ich ja gar nichts machen. Ja, super, super. Ist das ein Scheiß, ne? Ist das ein Scheiß? Ah, meine Güte, ne. Irgendwie. Ich bin noch eine Runde Solos aus, wenn das auch nicht klappt, sonst ist das doof. Oh man. Nur am verlieren. Ja, genau. So jetzt bleib mal hier, weil du bist ja dann schlecht, oder wie. Dann haut er ab, oder was? Jetzt kommt er wieder. Dummer Gegner, ey. Oh man, es klappt ja gar nicht. Das war dumm von mir. Ne, ich hab keine Lust mehr. So, das war's. Er hat bloß gemacht, das war's. Jo, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.